So, Willkommen zu Battles in Heroes Leute. Ich war etwas so wirrt, meine Maus hat ein bisschen gesperrt. Inland Invasion, ist das die Karte? Ja, komm raus hier, raus, raus. Ah, da oben, da oben, komm raus. Hallo? Oh, hab ich mich doch gedrückt. Scheiße. Ja, ja, nix gibt's. Oh, 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 oh. Oh, oh. So. Schade, da war keiner drin. Leute, ich bin ein bisschen wortkarg. Ich muss mich so konzentrieren hier. Oh, 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 oh. Hab ich mich gesehen? Ne. Gut. Guck mal, guck mal hier. Ah, shit. Ja, ja, nix gibt's. Ja, hallo. Raus, raus. Boah. Ich muss bisschen mehr mit der... Aber ich mach immer den falschen Knopf, Leute. Da bin ich den. Na ja, immerhin. Wie gesagt, durch meine neue Tastaturbelegung von der Maustastenbelegung komme ich immer durcheinander. Komm schnell zu drauf. Ich versteck mich mal. Ja, was ist denn hier los? Warfraps. Warfraps. Nerv mich doch. Ja, kack ruhig ab. Danke. Schön abgekackt wieder. Ne, jetzt hier wird nix. Geh mal wieder woanders hin. Hm. Lass du mich. Du bist doch nicht woanders hin. Scheiße. So, jetzt gehen wir woanders hin. Mir reicht's. So, schön. So macht man das. Ja, aber so richtig läuft jetzt nicht, ne? Kommt der? Oh, shit. Da muss ich nachladen. Ist das wahr? Mhm. Mhm. Crap, das ist okay. Ohohohohohoho. Ja, super. Ja, super. Shit. Ja, komm. Scheiße. Schnell weg. Boah, das lag. Das ist eine Scheiße. Scheiße. Nein. So. Ich bin weg. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho immer so schön sagt ist rosa leckerlich Keine gute Runde. Der Sack. Wo ist er? Da. Dann ist er. Ja, Leute. So, Schaban. Nix. Mann. Ja, dumm aufzulaufen. Schade. Gut dann nicht. Gut, gut gemacht. Boah. Boah. Alter. Der neue Maus, ich komme doch nicht so parat. Klappt doch nicht so, wie ich mir das vorstelle hier. So, ins D noch mal. So, ins D noch mal. Das wird Zeit. Wo schießt der hin? Gut, dass ich nicht geschossen habe. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Nichts gibt's. Ja, nix gibt's. So. Oh, da hinten läuft einer. Scheiße. Wo sind sie? Da. Oh, da ist der Schaf, Alter. Da haben wir wieder gehabt. Schade, der mich gesehen hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, Fraps. Boah. Boah. Was gibt mir Fraps heute auf den Sack? Mann. Der heute am Nahen überladen ist da unten, ey. Unmöglich. Sehen zu sieben, ey. Schlecht. Krabbar 1100 Punkte, ey. Die ist richtig schlecht. Auf der Karte hier, ey. Auf der Karte hier, ey. Boah. Geht gar nicht. Ne, 1,6 und 5. Die schuldig jetzt. Äh. Wo ist er hin? Wo ist er? Ja, ja. Immer der Hintergrundlärm hier. Ey. Entschuldigung, Leute. Ich war kurz, äh, abgelenkt. Watt, 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 watt. Achso. So. So. Jetzt geht's hier aber weiter. Ah. Wie. Ja, ja, ja. 10,8. Ich krieg's nur hin. Ich krieg noch ne ausgeglichene KD. Ich bin der SS5. Okay. Komm. 25. Da muss ich mich echt anstrengen. Der ausgeglichene KD. Boah. Boah. Also ein sehr schlechtes Spiel. Nehme ich mich nicht mit rumgekleckert. Nein, nein. So, jetzt ist es schwierig mit der ausgeglichene KD. Na also. Boah. Schlecht. 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 Ich hab auf der neuen Karte. Schlecht. Schlecht. Ich muss euch mal ne Runde mit dem. Sollte aufnehmen. Schlecht. 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 Einfach schlecht. Komm Punkt sei. Schlechte Punkt sei. Schlecht. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Schlecht.